so mittlerweile sind wir in lichtenstein angekommen im fürstentum lichtenstein und ja wir sind hier am rhein stadion das ist ein ausgewiesener wohnmobil stellplatz 5 schweizer franken allerdings wenn man vor sieben uhr abreist dann soll es gratis sein keine kein strom aber ausgewiesener platz man soll auch hier sein wasser entsorgen können versorgen habe ich noch nicht gefunden aber nur anderthalb kilometer oder ein kilometer bis in die innenstadt von badus der hauptstadt von lichtenstein und ja wir sind ja früher weggekommen wir haben ja einen wunderschönen tag erlebt in ja wo das schloss neuschwanstein weit kommen schwangau heißt der ordnung schwangau das war schon toll und dann sind wir früher weggekommen jetzt sind wir hier und heute waren wir in deutschland in österreich der schweiz und in lichtenstein an einem tag das ist gut und jetzt das ist zahnpasta jetzt geht's los in die stadt wir schauen mal auf Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir stehen jetzt hier in Lichtenstein Rheinstadion, eigentlich ein ziemlich unattraktiver Stellplatz Also das war, den haben wir aus dem Stellplatzführer Aus einer App, Camperkontakt Da stand drin 5 Euro, 10 Plätze ohne Strom Stimmt Aber jetzt muss ich mal eins sagen, zu Wohle Ich zeig's euch gleich Da ist 1500 Meter, also 1,5 Kilometer entfernt Vaduz, die Hauptstadt von Lichtenstein Und wer morgens um 7 Uhr, vor 7 Uhr hier vom Platz runter ist Der kehrt gratis runter Da hinten sind Toiletten Das heißt, wir haben Toiletten Und eine Toilettenentsorgung natürlich dabei Und einen unbezahlbaren Ausblick Mega Guckt euch das an Das hier ist zwar nur ein Parkplatz Aber wir sitzen jetzt hier Die Glocken läuten Das ist das Schloss Vaduz Das ist Frau Täler Und das ist meine Hündin Das ist mein Wohnmobil Also wir haben eine Mörderreise Die erste Nacht Stellplatz in Kassel Stau, wir konnten nicht mehr Aber war gut Zweite Nacht Feuchtwangen Von Feuchtwangen nach Nürnberg Kassel, Nürnberg, Feuchtwangen Schöngau Hier Füssen, Schöngau Schloss Neuschwanstein Dann über Österreich, Schweiz Jetzt in Lichtenstein Und morgen geht's nach Bella Italia